anon 100 anon 100 anon 100 anon 100 anonymes cheerer ich danke dir für die 300 bits ich danke sowieso allen die den kanal unterstützen ok den müssen wir jetzt mal niedermachen der 2 5 30 springer e2 damit c2 hier machen springer e2 zuerst also eigentlich seine zau zu schlecht für seine spielstärke so müssen wir überlegen rfg3 machen wir nrd6 noch nicht ich weiß nicht was ist keine idee zu springer auf 6 ganz banal vermute ich ja das ist dubious aber das ist nicht so schlimm wir springen f3 genau f3 damit c2 okay he is trying to force this e4 idea i don't think that's good for him manöver habe ich so in d4 noch nicht gesehen ich kenne es nach springer f3 aber nicht nach springer g2 mhm der ist nicht so schlecht wie gesagt werde ich glaube er hat immer ganz knapp 26 gehabt also 2 ich gehe damit c2 ich will nicht dass er auf f5 macht und meine idee ist jetzt natürlich ist jetzt hier bereite ich wahrscheinlich noch mit h3 vor also d1 und im richtigen moment mache ich e4 ja klar ist er älter geworden also die wenigsten wären jünger aber das ist das da sind viele manche manche damit zu kreisen ich mag das einfach nur den Ruck hier und du bist bereit für c5 und du kannst es etwas kontroversieren was er macht außer puff genau puff wird junger so springer f4 ist auch ein Zug den ich hier überlege. Springer 4 gefällt mir gut, meine Läufer sind Läufer. Und dann ist dieses Springer G4 was sehr oft nach E4, D4 kommt nicht mehr gefährlich. Ich sollte hier nicht mehr gefährlich. Ich meine, ich mag C5, aber vielleicht ist das zu ambitioniert. Insofern mal gucken. Wenn er jetzt damit die 7 macht, ich kann rausnehmen und E4. Vielleicht... Meine Stellung gefällt mir sehr gut. Ja, ich glaube, ich muss es machen. C5. Okay, er will Gegenspiel. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das, 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 das. Aber die Stellung übnet sich. Das muss doch gefährlich alles für ihn sein. Ich gehe jetzt für ein aktiver Counter-Play und habe jetzt den und damit B3. Dann macht der Dame B6 und versucht wahrscheinlich auch zu... versucht irgendwie was... die Stellung muss schlecht sein für ihn. Wenn ich den mache, macht er den. Mache ich. Das ist das. 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 One question remains. Nimm raus. Ah, meine Dame steht dann falsch eigentlich. Das will ich auch nicht. Was will Mr. Tranquilizer Blunder this time? Die Dame soll richtig stehen. Ja, vielleicht... Massively underrated. Das ist das. Das ist die erste Mal, wenn ich Rappid spiele. Und ja, ich habe auch gewonnen, zu spielen. Ich habe auch gewonnen, zu spielen, zu spielen. Das ist das. Aber ich sehe nichts besseres, Kraner. Aber okay, ich meine... Dame F2. Ich glaube, es ist so, wie es ist. Was kannst du machen? E4. Was kannst du machen? Ich bin ein bisschen überrascht, dass er so viel Zeit hier spendet. Ich denke, ich spiele Dame E2. Wir spielen das ruhig. Und... Unsere Idee ist jetzt hier Springer E6. Der Turm, der steht mitten in der Prairie. Der gehört hier eigentlich nicht hin. Der muss wieder zurück. Der ist ein zu leichtes Ziel für irgendwelche Sachen. Und E4 ist jetzt unsere Idee hier. Aber dann auch in Verbindung mit ihr raus. Und ich werde ihn genießen. Mit einem Bohnsacrifice. Zack, 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 zack. Ich denke, ich nehme den einfach weg. Und jetzt ist er so, was ist das? Dann nehme ich hier weg und habe einen Ball mehr. Er nimmt den Ball? Wirklich? Er ist nicht interessiert. Er ist nicht interessiert. Eindruckende Elegance. Danke, Rentalo, für die sehr ehrlichen Worte. Jetzt steht er einfach auf Abriss, oder? Also er hat eine... Ah, er will da den Bauern wiederkriegen. Okay, habe ich nicht gesehen. Aber habe ich nicht den? Und er nimmt draußen. Ich habe Thomas 1 und Thomas 2. Ich sehe es noch nicht so ganz, seine Kompensation. Ich sehe es noch nicht so ganz, seine Kompensation. Tag, 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 Tag. Ich komme hier rein. Siebt die Reihe. Sie gefährlich aus. Er weiß, dass wenn ich diesen Pohnen nehme, er kann diesen Pohnen nehmen. Er kann auch mitspielen. Das ist ein guter Call. Seemingly. 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 Sieht wie ein Pohnen für mich. Zu einem unentraineren Eindruck. Okay, das ist eigentlich ein guter Call von ihm. Also ich werde nicht immer ein Opfer nehmen. Okay, so jetzt die Chance haben können wir dazu nehmen. Es wäre um diese Bishops zu verabschieden, zum Beispiel. Okay, dann macht er dann. Ne, passt. Wir machen den. Oder vielleicht um ein Veränderung zu verabschieden. Das wäre eine andere Art, wo nichts ist. Okay. Auf C3, zum Beispiel. Das wäre eigentlich eine Chance. Das wäre schlimm. So, Läufer A3, Läufer A6. Und Läufer D4. Läufer A6. Oder den, 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 den. Okay, er macht ja hier drücken gar nichts. Okay, für ihn jetzt ist es nicht so schwierig. Das könnten wir machen. Oder F4. F4 könnte auch gut sein. Und ich weiß, wie das ist. Ich kann mit Leuten einfach dann hier hinten. Oder hier. Und wir bringen jetzt noch die Dame hier rein. Ich kann hier drücken gar nichts machen. Ja, okay. Ich muss das machen. Er hat drei Bauerninseln und dann hat er noch einen Bauern weniger dazu. So, I'm curious now. Oh, this is fine. This is fine. I mean fine. It is not fine. I am lost. Dead lost. But this way maybe I will manage to do what I was talking about. To get rid of these bishops. I might even have some E5 ideas maybe if I get mad. Okay, I don't. Well, actually here. Okay, 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 okay. Guys, guys, guys. Guys, guys. Guys. Ich drohe auf den Läufer A6. Ich bin für E5. Ich bin für E5, aber dann muss der Ö5 ziehen und dann gehen wir nicht den C7. Außerdem droht er auf. Warum am I always panicking? Ich nehme einen T raus. Ich nehme wieder. Er hat einen Schach. Ich gehe weg. Und dann fällt der Puh im. Wenn er etwas anderes macht. Ich habe einen Schach. Wenn er etwas anderes macht. Es gibt nichts anderes. Ich denke, ich sehe eine gute Möglichkeit für mich. Aber das ist einfach nicht. Das ist nicht so gut, oder? Das ist auch gut genug, um meine Leben zu verhindern. Ich glaube, es ist, oder? Ja, ich sehe keine Möglichkeit, zu rauszukommen. Leventer aus der Wand und Band. Wieso? Bist du in seinem Stil drin, oder was? Wollte ich ja gerne sehen. Ja, okay, da wird C8 enden. Was soll das? Da wird C8, ich nehme D7 weg. Und er nimmt E3, okay. Ja, erstmal den wegnehmen. Zack, D7, er nimmt E3. Ich schaffe ihn weg. Ich nehme hier weg. Ja, okay. Das ist eine gute Frage, ob ich fight, oder ich muss den wegnehmen. Ah, er macht zu, okay. Läufer C3 einführt. Ich habe auch Dame G4. Ich mache, ich mache den. Läufer C3 einführt. Wir haben Bauern mehr, und wir haben eine Qualität mehr. Steigung ist komplett verloren. Dame G4, Dame E ist jetzt auch sehr, sehr stark. E5 fängt. Der nimmt aber hier weg, okay. Verstanden. Dame G4. Ich glaube, ich mache mal König H1. Er macht jetzt Springer C4 jetzt eine Idee. Okay. Ja, ich glaube, ich mache es einfach Dame G4. Oh, ich mache es einfach Dame G4. Oh, ich mache es einfach Dame G4. Oh, ich mache es einfach Dame G4. Ich meine, ja. Ich bin verloren. Wenn der König zieht, dann... Aber eigentlich, das war nicht die Dame G4. Das ist ganz easy. So, das war streaky in a way, right? Ah ne, er kann doch nach C2 gehen. Er kann doch nach C2. Okay. 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 Was machen wir jetzt? F4 vielleicht auch einfach auf F4. Vielleicht auch einfach auf F4. Er macht... Was macht er? The position is completely lost. Unfortunately. Er nimmt... Er macht den. Ich mache... I believe I can fly. Den. Er macht Springer E3. And the Rook is not well placed on C6. Ich mache damit D7. Sieht aber kompliziert aus, ne? Ich muss schneller werden. Okay. I don't understand, why is he spending so much time? Ich mache F4. Well, I don't want to flag. I will not lie. But yeah, I don't understand why is he so slow. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich spiele gerade schlecht. Shit. Ich muss auch schneller spielen. Alles zusammen wieder. Ach, war der schlecht. Mann, 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 Mann. Ich spiele aber auch schlecht. Okay, Moment. Er nimmt F6. Ich opfer den Baron. Ich gehe dann für Matbild. Wie ist das? Ah, er macht so. Okay, F6. Ah. I actually... Dame D2. Dame D4. I made a mistake in a way. Ja, sehr schlechte Technik von mir. Sehr schlechte Technik. Ah. Und wieder keine Zeit. Wie man aus so einer gewonnenen Stellung eine schlechte heraus entwickelt und dann auch noch eine schlechte Zeit sich kreiert. Das kriegt immer nur ich hin. Die Stellung ist schon technisch sehr, sehr anspruchsvoll wieder. Das ist nicht klar, wie ich das jetzt hier gewinne. Ähm. Ich mache mal H3. Ist ja irgendein Zug. Der ist schwach. Das ist ein Problem. Droht nichts. Ich mache den. So, er panikt hier ein bisschen, glaube ich. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. 38 Sekunden. Er hat zwei Minuten. Ich könnte anfangen, diese Spawn zu schrauben. Okay, wir machen Turm B1. Turm hier. Und ja. Uh. Ja. Allowing this move, it was bad. I, uh. I messed it up. But now I have to do this. It is what it is. Hmm. So, he really messed this up, right? Hmm. But how could I take advantage of that? Hmm. Hmm. Man ist immer noch technisch anspruchsvoll. Oh no. I missed that move. I mean. Did I? Sorry. Selbst dieses Endspiel hier. But now I am also getting in time trouble. Das ist nicht trivial. Das ist nicht trivial. Ich komme nicht ran mit dem König. Das ist scheiße. Das ist echt blöd. Ah. Das war auch wieder typisch Martin. Das war ganz toll von mir wieder. Ganz toll. Ich hab auch keine Zeit. Es läuft wieder. Nein, das ist nicht mehr gewonnen hier. Hmm. Das ist einfach nur Mist. Ei, 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 ei. Why am I so slow? Er hat keine Zeit mehr, Leute. What is going on? What am I doing? Der war ein Fehler. Das war ein massiver Fehler gerade. Oh, der muss König Gesetz machen. Ach das nicht. Er macht das. Ich mach das. Ach. Der. Bring den Bauern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Oh Mann. Wie ein Anfänger. Wie ein Anfänger. Wie ein Anfänger. So schlecht. Mann. Das ist echt. Aber okay, das war ein sehr schlechtes Spiel. Ich weiß nicht, wie er das macht. Das ist echt. Ja. Ich weiß nicht, wie er das macht. Das ist echt. Zehnmal habe ich die Partie jetzt hier eingestellt.